3, 2, 1, go! Grün oder blau jetzt? Grün. Ey nein, ich wohne schon seit Jahren nicht mehr bei meiner Mama. Seitdem ich 18 bin wohne ich nicht mehr bei meiner Mama. Rumänien ist doch Europa. Echt? So früh ausgezogen? Ja. Bei meiner Mama. Ich hab's ausgenutzt. Bei mir gab's nicht viel auszunutzen. Kannst du nicht kochen? Nichts einfach. Nichts? Das kann ich von meiner auch. Da gab's immer nur Bofrost. Und Maggifix. Bofrost? Bei mir gab's Buchstabensuppe. Und das war's. Echt? Ich dachte immer, das kann nicht krasser sein, als es bei mir war. Ich bin auf dem Dach gelandet. Ich hab mir auch ganz früh schon immer selbst auch dann mein Essen gemacht. Ja, ich auch. Weil ich hatte einfach keine Lust, ständig irgendeine Tiefkühlpizza zu bekommen. Oh, das ist doch geil. Und dann heißt es noch, sie hätte gekocht. Naja. Mein Name konnte alles kommen. Einmal in der Woche, weißt du. Und... Was weißt du? Ja, gekocht. Genau. Oder Ravioli, genau, aus der Dose. Hat sie gekocht. Einmal in der Woche. Ja, genau. Dankeschön, Mutti. Meine Oma konnte besten Grünkohl der Welt machen. Ja, meine Oma kann auch... Ja, was ist denn jetzt die krasse Geschichte, Fletcher? Soll ich das erzählen? Ja. Aber die geht ein bisschen länger, ne? Hier oben ist ein Helm 2 außerdem. Also ich kenn jemanden, der einen kennt, der einen kennt. So. Jetzt bin ich auch schon zu Ende. Ähm, der hat mal... Geschichte zu Ende. Ne, ne. In Hamburg, ähm, da war eine Freundin in Hamburg und hat so einen Typen kennengelernt. Und die haben, keine Ahnung, so rumgequatscht und so. Und dann am Schluss haben sie sich rumgeknutscht und so bla. Mhm. Und dann, ähm... Was für eine Geschichte. Am... Ja, genau. Am nächsten Tag, aber... So mit Sex und so. Ich meine, das kennt die Zimt ja gar nicht, also... Das ist gefährlich. Sex, glaub ich, hatten sie noch nicht, aber eben, ne? Da... Kontakt! Ja. So nennen die coolen Kids das heutzutage. Und, äh... Geht das cool denn? Ähm, und dann... Kam er eben, ähm... Und dann hatte sie auf einmal einen Ausschlag an den Lippen. Am nächsten Tag. Ja. Und wusste nicht, was das ist und so. Und dann so, na... Am übernächsten Tag ging sie dann zum Arzt. Und rat mal, was das war. Erpes? Nee. Silz? Nee. Sag jetzt bitte nicht Leichenflecken, weil die gibt's nicht an Menschen. Die gibt's nur... Ja, die Geschichte kenn ich auch, weil das irgendwie jeder erzählt. Und das geht nicht, weil Menschen, die leben können, keine Leichenflecken haben. Nein! Hör zu, wie es weitergeht. Du hast nicht... Weiter zugehört. Der Typ nämlich hatte bei sich zu Hause zwei Leichen, mit denen er dauernd... Ja, die kenn ich die Geschichte. Und... Äh, das Ding... Genau die gleiche hat man hier auch ständig rum erzählt. Ah, krass. Das ist einfach so ne... Komisch, dass ihr den gleichen Typen kennt. Das ist ja witzig. Ja, ja. Also, ich kenn wirklich haargenau dieselbe Geschichte. Und... Echt? Das ist der größte Schmarrn. Das ist der größte Schmarrn. Ja, wahrscheinlich. Aber ich kenn die ja selber, deswegen. Komisch. Ja, aber das ist Blödsinn. Weil Menschen, die leben können, keine Leichenflecken haben. Deswegen heißt es ja Leichenflecken. Ne, das war ja so ein Ausschlag mehr. Das waren ja nicht die Leichenflecke, sondern mehr so dieses... Ja, aber das geht auch nicht. Ich hab mich dann nochmal erkundigt, weil ich das so komisch fand. Ach so. Ach so. Ach so. Ja, da kann ich lang warten, bis das Auto losgeht, wenn ich mich hinten drauf hock. Wolltest du einfach wegfahren? Ne, ich wollt halt dann zu euch cruisen mal. Jetzt... Machst du wieder Lärm. Ja, wir können ja mal Richtung... Fletscher? Und überfahren? Hat da jemand geschossen? Nein, Richtung... Kreis. Was kriegst du grad irgendwie? So, ich glaub, ich geh mal ins Bett. Heute ist zum Chat ja sowieso ziemlich ruhig. Ich wünsch euch noch einen schönen Reststream und später eine gute Nacht. Gute Nacht, schön, dass du da warst. Oh, Curly Fries, das hätt ich... Die hab ich am Mittwoch gegessen. Oh, die sind so lecker! Ihr seid mega unauffällig. Ich hab grad voll mein Mikro gecrashed. Habt ihr das gehört? Ja. Ihr seid so unschuldig. Oh Mann, Alter, ihr könnt nicht mal fahren. Was heißt ihr? Ich war ja nicht am Steuer, ich saß nur hinten. Du sitzt drinnen. Ich hab grad auf die Map geguckt. Ja. Okay, da sind welche? Ja, da oben. Auf, äh, 300. Ach, ihr habt ernsthaft geschossen? Ich hab nicht geschossen. Ich bin ganz unschuldig. Das war ja wohl so zu früh, aber okay. Man kann's ja mal probieren. Sonne, gute Nacht! Schlaf gut! Man kann's ja probieren. Du weißt doch gar nicht, wo die beiden sind. Doch. Ich hab's ja doch gesehen. Ich hab ja nicht in die Luft geschossen, oder? Ich seh niemanden. Doch. Ich seh auch niemanden, aber sie hat geschossen. Muss ja... Ja, da sind... Ich hab zwei gesehen. Wo denn? In Sosenheim. Ja, irgendwo. Da in den Häusern. Ich kann euch nicht genau sagen, ob sie jetzt auf der Klosette sind. Gleich kommen sie von hinten. Auf der Klosette. Auf der Klosette. Oh, nein. Ah! Ja, lol. Ein Schuss! Der Arsch! Alter, der hat noch... Ah! Gott, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ihr seid tot. Ja, schade. Scheiße, hinter mir war auch noch einer. Und neben mir. Und, oh Gott, überall. Wenigstens hatte ich noch einen Kill. Yay! Das gibt's ja nicht. Oh, Mann. Sam, wann musst du ins Bett? Dann müssen ich... Hä? Was hat sie gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ich bin schon erwachsen. Ich kann ins Bett gehen, Mann. Ich will. Jetzt kommt Mutti im Hintergrund. Ach so. Ich zieh gleich den Stecker. Ich zieh gleich das Internet aus. Ich meine ja auch, wann du ganz eigenverantwortlich beschließt, ins Bett zu gehen. Ja, ich denke jetzt auch bald. Also noch eins und dann ist gut. Also für mich auf jeden Fall. Hä? Ja, bei mir auch. Ach so, ja dann. Dann ist mal wieder gut. Wir hören ihn zwar nur kaum, aber... Wieso hör' ich dich nicht im Teamspeak? Wir haben gut, wir meinen das nicht. Ja. Ja. Es ist der Bahnhof da wieder, ne? Ja, voll komisch. Ah, jetzt hört man dich wieder. Ich hoppa Zwiebel auf'm Kopf. Ich bin ein Döner. Und Döner. Und ich fliege hier runter. Lala. Wui. Was für ein Spaß. Das ist immer das Lustigste am ganzen Spiel. Ich mag das auch mal. Lass die Welt noch schöner. Ja. Wieso springen wir hier überhaupt runter? Wir haben doch alle einen Knall. Kann ich da in die Löcher rein? Ich bin auf dem Dach gelandet. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Drei. Und die Beste zwei gefunden. Left bei dir? Aber das war's. Keine Pistole, nichts. Ich habe eine Granate. Du bist eine Granate. Stimmt. Willst du da noch was starten? Ja. Hey, waren wir letztens auch? Die Sonne davor. Geil, ich habe einen Helm. Alter, Karabiner. Wie geil. Gleich gibt es lecker Steak. Ey, warum isst ihr alle so spät nach so geilen Scheiben? Oh, ich muss jetzt aber auch noch ein bisschen was. Also irgendwie. Ich glaube, von der Quiche muss ich mir noch ein Stück nehmen. Ich habe jetzt echt voll Hunger. Ich habe eine M16 oder eine Karabiner. Ja, Dolph hat heute eine Quiche mit... Ja, ich... Ja, ja. Ja, erstmal Dolph. Ich habe gar keine Waffe. Ich gefresse. Ähm... Ähm... Ey, so geht's. Gib doch auch mal mir eine. Ich habe gar keine Waffe. Ich auch nicht. Der hat doch eine. Achso, der hat eine. Okay. Ja, guck. Ja, eine Pistole habe ich. Kannst du da haben. Ja, wir haben nichts. Gib die Pistole einfach ein. Ja, ihr seid solche Assis. Ey, ich mache hier ein Teamplay und es wird immer noch gemosert. Gemäldig seid. Willst du eine Kugel? Also ich habe keine Waffe, ihr müsst mich beschützen. So, fertig. Wart da jemand auf dem Turm wahrscheinlich schon. Ja, der Dolph. Oder war ich? Ähm... Genau, der hat nämlich eine richtig geile Quiche heute gemacht aus... Ich habe es auch so viel gesehen. ...mit Spinat und Lachs und... Oh, so lecker. Da will ich mir jetzt auch... Und Buchweizenmehl. Voll gut. Das sind alles Rieche-Abo-Zuschauer. Jetzt sind es reiche Abo-Zuschauer. Rieche? Ja, das ist jetzt verschrieben. Ich bin auch voll Rieche. Ich bin rege. Bin nackt aktiv. Aha. Bin nackt aktiv. Bei jedem Wetter. Bei jedem Wetter. Abends oder morgens. Nachmittags auch. Nachmittags manchmal auch. Wir müssen in die Mitte weiter rein. Ja, wir laufen. Ich bin hier so ein bisschen am Bergsteigen. Das ist jetzt aber ein bisschen... Das geht schon. Das geht schon. Okay, wenn wir mal ein bisschen... Ah, einen ganz kleinen Fallschaden habe ich bekommen. Aber einen ganz kleinen. Da. Boah, ich dachte gerade, mein Spiel bleibt hängen. Wo denn? Am Kleiderhaken? Ja. Am Saft. Am Saft. Im Saft. Im Saft. Im Saft. Leute. Du bist ja auch schuld. Sonst würden doch solche Wörter gar nicht aus meinem Mund kommen, wenn es dich nicht geht. Saft ist kein schlechtes Wörter. Für dich schminkt jetzt schon. Ich weiß aber nicht warum. Hat mich gebrannt, Mark. Der Saft? Ja. Ich bin jetzt voll entsaftet. Und wer war der Entsafter? Eigentlich müsste das ja andersrum sein. Egal, lassen wir das einfach so stehen. Oh nein! Das ist irgendwie creepy. Ach so, wie denn? Lassen wir das einfach so stehen. Na, Junge. Hä? Die Arme, die enthalten sich jetzt einfach nur. Ich habe gar nicht zugehört. Ich habe echt zugehört, aber gut. Alles gut, mir ist nur ganz schön warm jetzt. Ich weiß. Das glaubet er. Ich glaube doch auch so. Ich habe ein bisschen wieder anzügliche Witze. Nee, ein weißes T-Shirt ziehe ich sicher nicht an. Alter, in der Stadt war jetzt noch niemand. Dann leuchte ich ja. Ist mir ja alles ein bisschen zu ruhig, Leute. Ja, die Ruhe vor dem Sturm. Und ich habe keine Waffe. Und keine Weste. Immer noch keine. Ja, aber ich muss jetzt mal sagen, du läufst auch nur in den Däufel und daher, du musst halt mal selbst die Klan. Die Initiative hier. Eigentlich bin ich gerade nur euch hinterhergelaufen. Nur, nur in Leveln. Nur, nur in Leveln. In dem Spiel. Und jetzt bin ich halt einfach in irgendein Haus gelaufen. Könnt ihr vielleicht schon Saft, Nektar sagen? Ja. Nektar ist eine sehr gute Idee. Wir sagen jetzt einfach nur noch Nektar. Ja, vielen Dank. Jetzt mag ich weder Saft noch Nektar. Dann sagen wir doch Flüssigkeiten. Oh nein, ich werde verdurst. Ja, ja, aber wenn es aus ihm rauskommt, ist es nicht mehr so süß. Es gibt auch Wasser, ne? Aber Flüssigkeiten sind immer so süß. War hier jemand in dem blauen Haus? Ja, Shiva. Oh, ich habe gar nichts zu tun. Der Bär im blauen Haus. Nein, ich habe extra Nein gesagt, damit das jetzt keiner singt. Was denn? Ich weiß eh nicht mal, wie das mitgeht, aber ich wollte es gerade singen. Ich habe nicht zugehört. Der Bär im blauen Haus. Der Bär im blauen Haus. Wie geht denn der Song noch mal? Ne, die haben glaube ich mal am Ende gesungen. Mit dem Mond zusammen auf dem Dach. Ja, oh Gott, wie gay, ne? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Ohne, schreie ich meine Erklärung. Wenn ich selber zuhöre, wie ein Bär auf dem Dach sitzt, wie ein Mond singt. Auch mit dem Mond, ne? Dann denkst du ehrlich, du bist doch auf Droge, oder? Ehrlich. Voll. Enno, 2012, danke für den Follow. Bist doch nicht mehr ganz dicht, ehrlich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wovon ihr sprecht, aber es ist ja egal. Der Bär im blauen Haus, kannst du das nicht mehr? Das waren so Typen halt verkleidet. Ja, das war ein bisschen wie die Muppet Show. Das ist eine Kindersendung halt. Das kenne ich nicht. Und die zwei Otter und ja, vielleicht warst du da schon älter. Ja, genau. Da sind wir zu alt für. Genau, der Aura, das hoffe ich auch nicht. Da sind wir zu alt für, ja. Könnt ihr mich bitte... Ihr kennt es nämlich auch nicht. Ja, ihr müsst mich erschießen. Ich habe einen Helm 3 auf. Da sind wir zu alt. Ich bin wieder raus, oder wie? Ja, ich bin wieder raus. Nein! Mach doch nicht. Fächer Mantel, Schieber. Dankeschön. Und sofort bin ich vergessen. Fächer Mantel. Der Mantel hat es getoppt. Nein, nein, aber ich... Wie gesagt, wir wollten eine Pause machen. Oh, was ist das schon wieder von der... ...gelbe Schrift? Ich sehe nicht, wer das ist mit der gelben Schrift. Man sieht cool aus. Ja, bitte. Es ist Online Broadcast Issue. Ja, der ist immer wieder. Hallo. Hallo. War ein schöner Tag. Wir hoffen, wir stimmen zu den Frauen vergeben. Mach's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Das ist Zeit zu gehen. Doch, hey, komm raus. Denn ich weiß, wir werden uns bald wiedersehen. Uns bald wiedersehen. Ist das von Bern? Das ist das, ja. Aber wie geht die Melodie? Wer schießt denn hier? Wer ist Fletcher? Ich bin Fletcher. Ach, der Nachtwächter. Ach. Was heißt hier? Ach, der. Ach, der, der Nachtwächter darf. Der McDonalds-Mitarbeiter. Ich bin kein fucking McDonalds-Mitarbeiter. Oh. Da. Ich mag den McDonalds. Hast du bestimmt Leute beleidigt, die hier im Chat sind und da arbeiten? Ich für euch. Aber ich war da. Ah, Leute. Ja? Was ist los? Punkt. Hallo? Leute. Bist du tot? Äh, ja. Kann mich jemand, also nicht ganz. Kann versuchen, jemand in meine Richtung zu kommen. Oh Gott, du bist ja da hinten. Oh, Scheiße. Ja, ich wollte gerade zu euch. Weißt du, der sucht mich. Okay. War schön. Tschüss. Ja. War schön, ne? Lieber. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das... Mann, wieso auf einmal zwischendurch Werbung? Das verstehe ich. Seit wann gibt es zwischendurch Werbung? Keine Ahnung. Ah! Scheiße. Ich habe mich in Stream gucken oder so. Bahn. Oh, das ist ja... Ich glaube, den... Da mache ich Copy and Paste bei Miss Strange, diesen Satz. Den finde ich gut. Fletcher, wer ist Fletcher? So eine Art Gottheit des Enten. Okay, übertreib nicht. Ich finde, das ist ein sehr... Also ich habe den gerade angeschossen. Ich weiß nur nicht, wo er jetzt hin ist. Alles perfekt. Siehst du ihn? Scheiße! Danke. Neben mir. Bist du tot? Nein. Dolph regelt das. Nee, ich glaube nicht. In den Arsch. Ich gucke mal, den Stream während der... Oder? In den Popo schieße. Scheiße. Das muss ich so... Also ein Abel. Ah, ich wollte gerade zu dir, weil ich da so in der Falle saß. Dachte, ich kann nicht noch lang laufen, aber... Nee. Da kannst du voll knicken. Hör, da hängt ja eine Waffe. Ach so. Waffe. Da, den hängt am Baum. Ja, ja, ja. Nee, die Waffe hängt hier in der Mauer fest. Bei mir. Alter, Dolph geht schon wieder übel. Und jetzt ab, was ist los mit dem? Hm. Ja, der ist jetzt frisch geduscht. Auf die Entfernung Pistole. Ach so. Das ist weg. Ey, Leute. Das hilft. Ich muss mir nicht sagen, dass das blöd ist mit der Pistole. Aber ich habe keinen Schimmer von Waffen. Also, ich weiß, dass man Shotgun auf... Na, auf... Nicht auf Entfernung benutzt, ist mir schon klar. Die Pistole genauso halt, ne? Ja, ich dachte immer schon, dass man die dann... Nee, so weit kommst du mit einer Pistole nicht. Okay, man lernt ja immer wieder was dazu. Macht ja nichts. Ist ja kein Grundwissen, oder? Wie weit schießen Waffen? Nur so für den Fall. Alles selbsternannte Pros... Äh... Pros... Nein. Haben wann haben wir das jemals gesagt? Ja, doch, klar. Voll. Wir sind voll, voll... Also, ich habe das immer gesagt. Mhm, ich auch. Immer. Ich bin super. Im Besten kann ich springen. Das ist super. Ich hänge auch nur manchmal im Baum fest. Das ist so krass. Kaum spielt man Shooter... Ey, du wirst... Ey... Deshalb habe ich auch mein CSGO-Let's Play aufgehört, weil da immer die Professoren kamen. Chill doch. Doch, nicht der Chat... Doch, nicht ihr, ey. Der Chat-Yo. So. Hä? Was? Ja, danke. Okay, dann gebe ich dir recht. Ja, danke schon. Das stimmt echt. Ähm... Auf einmal. Ja, weil das ja auch genau das war, was ich gerade auch gesagt habe. Sagen wolltest. Du hast doch nicht angekommen. Nein, ich habe doch gesagt... Oh Gott, Leute! Wir können uns gleich im Hof treffen und dann prügeln wir uns. Wer gibt's denn mit so voll da rein? Dolph, hörst du genug? Ja, ja, ja. Okay. Ich bin jetzt gemutet. Wieso? Oh Gott, ja, wir sollten mal ein bisschen konzentrieren. Gönnen. Hier sind noch ein paar. Na gut, dann spam ich ein bisschen in ihrem Chat-Talkum. Spam. Äh, Punti, bist du noch da? Ja, pass auf, ne? Hier. Wieso sind wir eigentlich in diese Stadt gegangen? Wessen Idee war das? Meine, glaube ich. Wir sind einfach meine. Ah, ja gut, du lebst ja auch noch. Ja. Oh je, oh je. Hui! Gott, ich habe den gar nicht gesehen. Ich meinte ja nicht dich, Punti. Ich meinte, du sollst mal auf den Plätscher achten. Du glaubst ja nicht. Ich guck mal, ob da noch einer ist. Das spult ist ja nicht. Ich habe Fletcher im Blätscher. Ach, das sieht man gar nicht, wärst du da. Ich liebe den nie mehr, ehrlich. Ich liebe den auch. Ich liebe den so sehr. Ist da etwa Alkohol im Spiel? Ja, Dolph, ne? Der, der macht's. Der reißt das gegen ihn. Ja, ist auch der einzige von uns, der wirklich gut ist, irgendwie. Naja, der Fletcher ist eigentlich auch ganz gut, finde ich. Ja, wenn das Spiel nicht abstürzt, ist es vielleicht gut. Aber, ja. Aber Dolph ist echt super. Ich sehe auch ruhige Hand alles. Du siehst die ruhige Hand. Ja, ich guck ja bei Zimt jetzt auf dem Stream und ich sehe super, super Aiming, ehrlich. Top, da kann man schon mal klatschen. Da kann man schon mal klatschen. Da kann man schon mal klatschen. Nicht das Poker fehlt. Dann du hast eine neue Twitter-Nachricht. Ähm, ich hab's gerade gesehen. Moment. Ich mach immer... Bitte, 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 bitte. Bitte kein Penis, kein Dickpick. Oh Gott, hast du schon mal einen zugeschickt bekommen? Bitte kein Dickpick. Nee, also... Dickpick. Irgendwann in meinem Leben. Also, wenn ich dir jetzt ein Bild von der Schaufel schicke, dann... Nee, jetzt, jetzt. Ja. Oh mein Gott, Leute, wie schön das ist. Was denn? Oh mein Gott, dein kleines... Ich zeig's mal in die... Entschuldigung. Ein kleiner Penis. Bisch auf. Oh, was für ein kleiner Penis. Es ist wild, dass er anscheinend gerade selbst gemalt hat. Wie süß ist das. Er lacht hier noch im Hintergrund. Spiel du lieber. Entschuldigung. Nee, nicht der Fletcher, der Dolph, der lacht hier auch. Er kann doch nicht lachen und sich konzentriert. Das geht doch nicht. Alle sind Armer-Spieler, ich glaub auch. Gibt man das? Das ist Armer-Blut. Ja. Ja, halt alles, ne? Ja, das ist aber sehr an die Armer-Engine gelegt. Oh, ein, 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 ein. Ein Eikon? Ja, voll. Echt? Oh mein Gott, ich weiß nicht. Ja, du bist hier auch gerade ganz komisch rumgekrochen irgendwie. Warum können alle immer so gut zeichnen? Zeig mal. Ja, ne? Ist echt so. Ist so unfair. Ist so unfair. Du bist ein Mädchen, du musst gut zeichnen können. Eigentlich schon, ne? Ja, ich, ich bin ein Junge, ich kann nicht zeichnen. Ich erfüll meine Schwester. Du machst schöne Strichmännchen. Du erfüllst deinen Job. Wenn ich meine, die kann ich richtig zeichnen, die ist eigentlich ein Scheißerhaus. Ich würde das gerne können, aber ich bin's nicht. Aber erst kommt nicht einfach. Ich habe immer meine Schwester beneidet, lieben, benodet. Ich meine, meine Schwester, meine Schwester hat auch, äh, benodet, benodet finde ich super. Benodet. Und die kann so geil zeichnen. Konntet wenigstens besser zeichnen als ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber sie konnt besser zeichnen. Man merkt, es liegt nicht in der Familie, gell? Zeig mal das Bild, ich hab's halt dein Stream aufgemacht. Kriegst du es da, oder kriegst du es nicht? Okay, Moment. Vielleicht sollten wir wieder ein bisschen Dolph seine Ohren schenken. Dolph seine Ohren schenken? Ja, sein Gehör. Hier, Dolph, ich schenke dir Ohren. Nur für dich. Geil. Ich weiß zwar nicht, wie man Sex macht, aber Ohren kann ich dir schenken. Ohren kann ich dir schenken. Ach so, wegen Zimt. Ja, ja, wegen Zimt. Bisschen runter? Oh, das ist ja voll süß. Das ist so süß. Und das hast du jetzt gerade schnell gemalt. Oh mein Gott. Wie alt ist deine Schwester? Ey, lass mal was. Oh, jetzt geht's los hier. Äh, aber älter, keine Ahnung. Ist die älter oder jünger? Älter, die ist mittlerweile auch so 27. Auch schon so. Drei Jahre Unterschiede. Ja, ich bin immer noch 23. Sie ist schon so krass gealtert, während wir jetzt hier gespielt haben. Nee, warte mal. Oh Gott. Wie guckst du denn gerade? Ich sehe nicht so oft. Ja, ich weiß nicht. Zimt, wie du gerade geschaut hast. Muss begabte Hände haben. Leute, reißt euch zusammen. Wie wir halt immer sterben und irgendwie der Dolph dann das Ding noch so ein bisschen rockt. Weiß. Ja, irgendwie schon, ja. Aber dann wird es so krass, dass er so unter die letzten fünf oder so kommt. Ist der Hammer. Ich muss einfach noch ein bisschen üben. Dann wird wieder gemeckert. Ah, nur der Fünfte. Kein Druck, kein Druck. Alles gut. Alles gut. Du bist angeschissen, wenn du der Fünfte wirst. Aber schon gefährlich, wie er da rumlatscht, ne? Ja, aber irgendwie weiß er, was er macht. Das ist so krass. Ich würde da jetzt auch so rumlaufen und hätte keinen Plan und würde erschossen werden. Ich bin wirklich verwirrt wegen den Geräuschen im Hintergrund. Das ist kein Flugzeug irgendwann. Ist das kein Auto? Nein, ich meine euch. Ach so. Ja, aber du redest doch auch die ganze Zeit. Nein, ich rede nicht. Ich habe zugeguckt. Du Horst sie. Kleiner Horst sie. Wir sind alle ganz brav. Hier ist alles vertreten gewesen. Alles da. Was brauchst du? Willst du lieber 10 oder 20? Gute Auswahl. Gute, gute, gute Auswahl hier. What are you buying? Ich bin viel älter. Wie alt seid ihr? What are you selling? Ich habe es vermutet, weil Simt, die sagte, die hat ihr Studium schon abgeschlossen. Lol. Hat auch niemand gesagt. So entstehen nämlich die Gerüchte. Gerüchteküche. Ich habe Missverständnisse. Ich habe gesagt, ich habe es abgebrochen. Das ist das gleiche heutzutage, du. Das stimmt. Das ist schon, ne? Hauptsache, du warst mal drin. Kannst sagen, das ist mit dir. Ja, ja. Kannst auch reingehen durch die Tür und wieder rausgehen. Endo ist 45. Zwölftes Semester, pff, egal. War es schon. Wer war auch? Ach ja, genau. Linux war auch glücklich. 43 oder so. Ein Auto! Yeah! Bitte mach nicht wieder irgendeinen Unfall mit dem Auto. Da hat er nämlich ein Talent, dass er da gerne irgendwie das überschlägt und dann... Jetzt wird wieder gemeckert. Nein, nein. Ich wecker gar nicht. Kritik ist so. Aber nur lieb gemeint. Eigentlich kannst du das Bild auch als... Eine Warnung nutzen. Eine Warnung. Ja, ich will! Das ist auch nicht besser. Aber ich krieg doch gar keinen Support-Button. Ich bin ja noch kein Twitch-Partner. Aber hab ich vorhin gelernt. Genau. Aber wenn wäre das der Hammer. Nicht mehr arbeiten. Das wär richtig geil. Das war voll... Bei mir, du bist zwölf. Naja, ich glaub, man müsste trotzdem noch arbeiten. Auch wenn man ein Twitch-Partner ist. Ja, klar. Who is Twitch? Ich glaube, eigentlich Lippen... Nee. Meine... Die sehen voll rot immer aus. Aber... Ich trag nur Lippen. Vielleicht ist deine Creme einfach ein bisschen dunkel. Wie hast du den denn gesehen? Ab 50 Followern kannst du den Sub-Button... Mann, wieso... Ich kenn mich immer so wenig aus. Was? Ab 50 Followern? Echt? Und was... Nee. Ab 50 doch nicht. Dann hätten wir das ja schon freigeschaltet. Dann hätten wir alle das für... Genau. Ach, du hast es mich noch angeschrieben wegen Blizzard und Icon. Ich glaub, du meinst Instant Gaming, oder? Ah! Ja, da hab ich da was falsch verstanden. Ja, kannst du mir dann... Morgen oder irgendwas... Schreiben. Ist neu. Oh! Online, kannst du mir das mal privat nochmal in Ruhe... Oh, 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 du brauchst ne Bandage oder irgendwas. That would be great. Redest du mit mir? Great. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, nee. Ach so, okay. Ich glaub, die haben meinen Helm abgeschossen. Die haben deinen Helm? Ja, die haben echt deinen Helm abgeschossen. Echt abgeschossen? Das war mein Helm. Das war Fletchers Helm. Aber ich hab beigetragen, dass er lange damit durchhalten hat. Gracias. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Spanja. Du machst das echt spannend. Die da, die da war da war. Oh, man, oh, man, oh, man. Da war. Zirkel des Lebens. Twitch oder Twitter, eins von beiden. Also, wie war... Oh, schade. Bei der luck next time. Ich spiele verarscht eigentlich. Wie viele Kills? Zwei. Wie viel? Zwei hat er gehabt. Das ist gar nicht so übel. Ach nee, Zimt und Zucker. Okay, ich war gerade voll verwirrt. Was? Ich gucke gerade zu uns und sehe ihren Score und wusste nicht, ich habe mich gerade gewundert, warum er keine Kills gemacht hat. Das war so assig angehört. Null, ah nee, war nur noch. Ja, warte. Hat so viele getroffen und abgeknallt. Da erwartet man nicht, dass da eine Null steht. Ich glaube, ich wundere mich, dass es nur zwei waren. Es ist ja doof. Ich glaube, du hast dir da auch nicht auf die Taste gedrückt. Alter, wie dieses... Ich habe dich nicht gehört. Ich wundere mich, dass es nur zwei waren. Waren es nicht mehr? Wundert mich allerdings... Ich dachte eigentlich auch, dass es zwei... Ja, komisch. WP. Bussi. Bara...